Machen wir uns heute auf den Weg und entdecken gemeinsam das Lied, das wir jetzt gerade vorhin miteinander gesungen haben. «Freue dich, Welt!» Guten Morgen! «Freue dich, Welt!» «Freue dich, Stufi!» «Freue dich, CRZ!» Wir tauchen in dieses Lied ein. Im Moment ist ja das Thema der künstlichen Intelligenz in aller Munde. Und Webseiten wie ChatGPT sind hoch im Kurs. Hat jemand dort schon jemals etwas eingegeben? Einige boykottieren es. Ich habe auch schon dort so Fragen eingeschrieben. Und meistens bin ich beeindruckt von den Antworten, die da kommen. Meistens. Letzte Woche habe ich eingegeben, was sind die meistgesungenen Weihnachtslieder im deutschsprachigen Raum. Und dann kam die Antwort, das ist so eine Rangliste, angeführt mit «Stille Nacht» und so weiter. Und am Schluss stammt dort in dieser Antwort, und ihr könnt es da lesen. «Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass es bei Weihnachtsliedern weniger auf den Text ankommt, sondern mehr darum geht, die festliche Stimmung zu geniessen.» Und dann habe ich mir überlegt, das ist jetzt auch nicht die hellste Antwort, oder? Und mit Intelligenz hat es auch nicht viel zu tun. Und klar helfen diese Lieder, dass wir so in eine weihnachtliche Stimmung kommen, das ist so. Und sie helfen auch, dass wir Weihnachten geniessen können. Aber wenn wir die Texte der Weihnachtslieder einfach ausblenden oder sie abwerten, dann schiesst doch das am Ziel vorbei. Weil wenn wir diese Texte abwerten, dann kommen wir um die Geschichte herum, um die es ja überhaupt geht an Weihnachten. Und all diese Lieder erzählen uns ja über diese Weihnachtsgeschichte, was dort passiert ist, über den Kern von Weihnachten. Dass der Beginn war vom Evangelium, von der Geburt von Jesus Christus, dem Sohn von Gott, der in diese Welt kam. Und diese Geschichte, die muss ja immer wieder weitererzählt werden. Und Lieder helfen uns, diese Geschichte weiterzuerzählen. Und wenn wir das aufhören, dann wird Weihnachten das Fest von Samichleusen und dekorierten Lebkuchen und blinkenden Rentieren auf irgendwelchen Velo-Unterständen. Das hat es bei uns im Quartier. Und das ist auch ein bisschen schön, aber das ist zu wenig. Weihnachten ist nicht das blinkende Rentier. Da geht es um etwas anderes. Und Weihnachten ist ja die Zeit, wo wir eben uns erinnern, was passiert ist. Wir erinnern uns an den Start des Evangeliums, der guten Nachricht. Gott ist Mensch geworden. Und ich zahle mich ja nicht unbedingt zu den hellsten Köpfen, die da je geboren wurden auf dieser Welt. Aber ich würde mich getrauen, dieser künstlichen Intelligenz eine Antwort anzubieten. Und zwar würde ich sagen, es ist wichtig zu betonen, dass es bei den Weihnachtsliedern auch auf den Text ankommt. Weil die Texte uns dabei helfen, die Botschaft von Weihnachten nicht zu vergessen und uns darauf einzulassen. Also diese künstliche Intelligenz muss man trainieren. Da ist etwas schief gegangen. In dieser Predigt-Serie wollen wir in Lieder eintauchen. Eli hat es schon gesagt. Und uns eben auf diese Texte einzulassen und schauen, was hat das mit unserem Leben heute zu tun? Was machen wir für Erfahrungen damit? Und heute, wir haben es gesungen, tauchen wir in dieses Lied ein, Freue dich fällt. Das ist ein Lied, das ist Hype geworden. Die O-Bros haben es neu vertont. Und seitdem ist es auf YouTube ziemlich wieder berühmt. Geschrieben hat es aber jemand, der ist viel älter als die O-Bros. Es wurde 1719 geschrieben von Isaac Watts. Das ist ein englischer Pfarrer. Oder war das? Der war ein richtiger Songwriter. Der hat 650 Lieder geschrieben. Und eines davon ist eben Joy of the World, Freue dich Welt. Also das Lied ist ziemlich alt. Die Melodie hat er nicht selber gemacht. Die stammt von einem Zeitgenossen von ihm, auch ein Songwriter. Ihr kennt ihn vielleicht, Georg Friedrich Händel. Und das Lied wird seither an Weihnachten immer wieder gesungen. Und Watts war einer, der hat die meisten Lieder, die er geschrieben hat, die haben irgendeinen Zusammenhang mit einem Psalm. Also er hat vorwiegend Psalmen neu interpretiert. Und dieses Lied, Freue dich Welt, hat die Wurzel auch in einem Psalm. Im Psalm 98 und ich lese euch diesen Psalm vor. Singt dem Herrn ein neues Lied, steht da. Er hat Wunder für uns vollbracht. Durch seine grosse göttliche Macht hat er den Sieg errungen. So hat er den Beweis erbracht, dass er rettet. Allen Völken hat er gezeigt, auf ihn ist Verlass. Er hat sein Versprechen eingelöst und hat Israel Güte und Treue erwiesen. Bis ans Ende der Erde ist es nun bekannt, dass unser Gott uns befreit hat. Jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde, freue dich Welt. Jauchzt vor Freude, preist ihn mit Gesang. Singt ihm Lieder zur Harfe. Lasst den Lobpreis ertönen zum Seitenspiel. Lasst Trompeten und Hörner erschallen, jauchzt vor dem Herrn, dem Herrscher der Welt. Das Meer soll brausen und allem, was darin lebt. Die Erde soll jubeln mit allem, die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen und alle Berge vor Freude singen. Dem der Herr kommt, er kommt und sorgt für Recht auf der Erde. Er regiert die Völker in allen Ländern als gerechter, unparteiischer Richter. Also dieser Psalm ist also die Wurzel vom Lied Freue dich Welt, in das wir heute eintauchen. Und da werden ja die Menschen aufgefordert, sich zu freuen. Das ist ja ein bisschen schwierig. Man kann Freude nicht verordnen oder freue dich jetzt. Das geht nicht gut. Aber der Psalm nimmt etwas auf, was das Volk von Gott, das Volk Israel immer wieder erlebt hat. Die wurden befreit. Beispielsweise von der Knechtschaft in Ägypten wurden sie auf wundersame Weise befreit. Und sie erlebten diese Freiheit. Und dieses Lied nimmt Bezug auf das. Freut euch, Gott ist derjenige, der befreien kann. Oder wenn wir daran denken, dass Gott die Menschen, das Volk aus dem Exil befreit hat und sie wieder zurück konnten. Also diese Erfahrung, dass Gott Menschen befreit, diese Erfahrung wird in diesem Psalm und auch in diesem Lied aufgenommen. Und schlussendlich ist es ein Weihnachtslied, weil wir eben uns freuen können, dass Gott seinen Sohn schickt, der uns alle versöhnen möchte, der uns alle befreien möchte, der uns eine neue Würde schenken möchte. Und darum sollen wir vor Freude singen. Freue dich Welt ist ein solches Lied, ein Freude-Lied. Es geht um Freiheit, Versöhnung, Gerechtigkeit, über Sachen, über die wir viel reden da. Und so, wie das Volk von Gott im Alten Testament diese Befreiung erlebt haben, so erleben heute noch Menschen immer wieder irgendetwas von dieser Befreiung, weil Gott durch seinen Sohn Mensch wurde. Menschen bekommen eine neue Würde. Menschen erleben Freiheit. Wir hören dann solche Geschichten. Und Menschen machen irgendeine Erfahrung mit dem Gott, der da Mensch wurde. Und das ist Grund zur Freude. Und nun möchte ich mit euch in dieses Lied eintauchen. Und wir werden es in dieser Prädiktserie nicht so machen, dass wir jetzt da theoretisch durch all diese Strophen gehen und so eine Abhandlung machen, was das alles bedeuten könnte. Sondern wir lassen Menschen zu Wort kommen. Und heute starten wir das. Leute kommen hier auf die Bühne und erzählen über ihre Erfahrungen, die sie gemacht haben, im Zusammenhang mit Texten aus diesen Lieden. Und starten werden wir mit Rolf und Nicole. Kommt doch nach vorne. Und ihr werdet uns kurz erzählen, was ihr so erlebt habt. Vielleicht können wir Ihnen einen Applaus geben. Sie sind nervös. Ja, schön seid ihr da. Die erste Strophe, wir sehen sie da. Da heisst es, freue dich Welt, dein König kommt. Lasst alle Welt es hören. Macht eure Herzen weit und lasst euch auf ihn ein. Und ich möchte dich fragen, Nicole. Da heisst es ja, lasst alle Welt es hören. Wo hast du eigentlich von diesem Gott gehört? Von diesem Jesus, der da auf die Welt gekommen ist? Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Und ich kann mich erinnern, auch wenn ich nicht ganz sicher bin, ob es wirklich meine Erinnerung ist oder die Erzählungen meiner Eltern, dass meine Mutter, immer wenn wir in der Badewanne waren, mein Bruder und ich, hat sie uns Bibelgeschichten erzählt. Und ich habe die immer gern gehört. Wir hatten noch so Kassetten und da habe ich immer die Geschichte von Jakob gehört. Und so bin ich mit dem Glauben aufgewachsen, habe davon gehört, war in der Sonntagsschule, in der Jungschar. Genau, und es war Bestandteil meines Lebens von Anfang an. Also dir wurde das fast wie eingeimpft. Man kann es fast nicht anders sagen. Aber irgendwann kamst du ja auch zum Punkt, wo du überlegt hast, was an dieser Botschaft von diesem Sohn, von Christus, hat dich dann überzeugt, dass du überhaupt dein Herz geöffnet hast? Weil es heisst hier ja, macht eure Herzen weit. Was hat dich veranlasst, dein Herz aufzutun? In der Jungschar gab es immer so die Momente, wo die Leiter gesagt haben, und jetzt könnt ihr euch für Jesus entscheiden. Und ich dachte mir da immer so, ja, ja, ich kenne ja Jesus. Der ist immer da, seid klein. Und für mich gab es nie so diesen Bekehrungsmoment, an dem ich erkannt habe, ah, da ist Jesus und ich möchte mein Leben mit ihm verbringen, sondern es war wie eingeimpft, wie du so schön gesagt hast. Und trotzdem, wenn ich jetzt auf mein Leben zurückblicke, gab es immer wieder so schwierige Momente. Zum Beispiel haben sich meine Eltern getrennt, als ich ein Kind war, und das war für mich ein schwieriger Moment. Und rückblickend dort zu erkennen, Jesus, Gott, war trotzdem irgendwie da, das waren für mich so Momente, wo ich merkte, an diesem Gott muss etwas dran sein. Rolf, du bist nicht geimpft worden. Also ich meine jetzt, lassen wir das Thema impfen. Aber du hast den Glauben nicht mit auf den Weg bekommen. Wo hast du gehört von diesem Gott, der da Mensch wurde? Also ich habe Ende 2015, habe ich von einer ganz guten Kollegin eine Einladung bekommen für ein Live-Seminar. Live-Seminar, das ist eine verkürzte Version vom Alpha-Live, fünf Abende ohne Nachtessen. Und bei diesem Live-Seminar habe ich das erste Mal von Jesus Christus gehört. Von der Frohen Botschaft. In einer ersten Phase war es so, dass eigentlich nur mein Schatz eingeladen wurde. Und ich konnte dann wirklich im letzten Moment glücklicherweise auch auf diesen Zug aufspringen und habe da teilgenommen. Und du hast mir einmal gesagt, du warst früher eher so die Sorte harter Typ, oder? Und jetzt heisst es da, macht eure Herzen weit. Du hast irgendwie etwas erlebt. Was hat dich bewogen, dieser Botschaft dein Herz zu öffnen? Also ich denke, das ist sicher die Liebe von Jesus Christus, die Gnade, die Barmherzigkeit. Und auch während des Live-Seminars hat mir der Heilige Geist das Herz geöffnet. Und ich hatte das Bedürfnis, in der Bibel zu lesen, obwohl ich absolut kein belesener Typ bin. Ich hatte auch plötzlich das Bedürfnis, an den Gottesdiensten teilzunehmen. Habe das dann wirklich auch gemacht mit meinem Schatz. Und als ich dann Ja gesagt habe zu Jesus Christus, hat sich dann bei mir schon einiges verändert. Einerseits als Maurer, Bauarbeiter, habe ich da geflucht wie ein Rohrspatz. Das war von einem Tag auf den anderen, kann ich sagen, weg. Dann, was sicher auch ein Punkt ist, sind Emotionen. Also ich habe von dem Moment an, habe ich sehr viele Emotionen empfunden. Wenn ich heute im Gottesdienst bin, kann es sein, dass Tränen fliessen, je nach Thema. Und ich kann heute wirklich Emotionen zeigen, was ich früher nicht gemacht habe. Und ein weiterer Punkt ist, ich war früher wirklich ein ich-bezogener Mensch. Beispiel bei einer Diskussion musste ich 100% Gesprächszeit haben, sonst war ich nicht zufrieden. Und heute kann ich wirklich in einer Diskussion zuhören und so an einer Diskussion teilnehmen. Das ist eindrücklich, was mit dir passiert ist. Nicole, die letzte Frage. Du hast dich auf diesen Gott eingelassen, auf diesen Jesus, diesen König, den wir da besingen in diesem Lied. Was würdest du sagen, an was sehen deine Mitmenschen, dass du dich auf den Gott eingelassen hast? An was sieht man das? Ich arbeite noch, also ich arbeite ja hier, aber ich arbeite auch noch in einem Laden in Bern. Letztes Jahr an der Weihnachtszeit kam eine Kollegin zu mir und sagte, Oh, es ist so mühsam hier zu arbeiten. Alle Menschen sind wütend und alle sind gestresst und du bleibst ruhig und bist entspannt. Und ich war so, ja ist ja normal. Das macht man so. Man ist freundlich. Und diese Kollegin hat dann gekündigt, war ein halbes Jahr weg. Sie ist jetzt wieder da. Die stressige Weihnachtszeit hat wieder angefangen. Und ich bin nicht mehr ganz so entspannt wie letztes Jahr, aber immer noch entspannter als andere. Und sie kam zurück und sie sagte, es ist so schön mit dir zu arbeiten, weil du einfach Ruhe und Freundlichkeit in diesen Raum bringst. Und ich denke, das ist für mich so ein Beispiel, wo irgendetwas von diesem Jesus, von meiner Beziehung zu ihm sichtbar wird. Und ich denke, einfach durch das, dass ich lebe und sage, ich will freundlich sein, auch wenn viele Menschen nicht freundlich sind zu mir, will ich trotzdem versuchen, freundlich zu sein und Geduld zu haben und so einen Unterschied machen. Schön. Und Rolf, du bist ja, du arbeitest bei der Armee, bei der Militärpolizei. Du bist ja zuständig, dass da die Diensthunde trainiert werden. An was sehen deine Berufskollegen, dass du dich auf diesen Jesus, den wir an Weihnachten da besingen, eingelassen hast? Ich versuche sicher, wenn ich Ausbildungen oder Einsätze leite, dass der Mensch im Zentrum steht. Ich versuche auch, gelingt mir nicht immer, aber versuche auch meine Sozialkompetenz da einzubringen. Weil Jesus hat ja auch die Schwachen und die Armen unterstützt und nicht die Gesunden. Er hat auch einmal gesagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich versuche da im Alltag auch vielleicht jemandem eine zweite, eine dritte Chance zu geben. Auch wenn andere sagen, okay, das funktioniert nicht. Und was ich auch mache, wenn in unserem Umfeld Gott oder Jesus angesprochen wird, vielfach auch im negativen Bereich, dass ich Stellung nehme und sage, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus Christus. Im privaten Umfeld ist sicher, kann ich sagen, ich habe meinen Schatz 1999 kennengelernt. Für mich war immer ganz klar, heiraten ist kein Thema, das ist ein Tabu. Nicht, weil ich nicht treu sein wollte oder sie unterstützen. Und auch nachdem ich in den Glauben gekommen bin, hatte ich ein tiefes Bedürfnis, sie zu heiraten. Dann habe ich einen Heiratsantrag gemacht und wir haben 2017 geheiratet. Das war auch eine so Veränderung. Und abschliessen kann ich nur sagen, als Berufssoldat durfte ich einige interessanten, spektakuläre Kurse besuchen. Aber für mich ist ganz klar, in 2015 das Live-Seminar, das ich besuchen durfte, das war für mich oder ist für mich ganz klar das Wichtigste, weil da habe ich zu Jesus Christus gefunden. Gut, vielen Dank. Danke, dass ihr euer Herz geteilt habt. Ja, dieses Lied geht dann weiter in die zweite Strophe. Ich lese euch die vor. Da heisst es, freue dich Welt, dein Retter kommt, lasst neue Lieder klingen, wie Flüsse und Felder und Berge und vor Freude Lobpreis bringen. Nun, zu dieser Strophe, da kann nur einer kommen, Lukas. Er ist zuständig für die Musik da bei uns. Und es heisst da, ja, auch Applaus für den Lukas. Du bist ja wahrscheinlich nicht mehr so nervös, aber das ist immer gut, wenn man beklatscht auf die Bühne kommen kann. Du bist ja zuständig für die Musik da. Und was geht dir so durch den Kopf, wenn du diese Strophe singst? Also ich muss sagen, zuerst einmal, Chachi Pitis hat vielleicht nicht eine dir zufriedenstellende Antwort geliefert. Aber ich glaube, sie spricht aus dem Herzen von ganz vielen Menschen, so auch aus meinem. Ich muss gestehen, Weihnachtslieder haben für mich mehr mit Stimmung und diesem warmen Kerzenscheingefühl zu tun, als dass ich diese Texte schon immer sehr an mich rankommen hätte lassen. Darum habe ich mich jetzt auch damit beschäftigen müssen und ich merke auch, ich komme nicht auf das, was im Psalm 98 dann schlussendlich der Sinn dieses Liedes war. Aber vielleicht sind diese Gedanken ja trotzdem gut. Jetzt zu deiner Frage. Ah ja. Danke. Wir haben es schon abgemacht, auch kurz heute. Genau. Das habe ich jetzt notiert und das bleibt hoffentlich kurz. Also, mir ist dieser Satz ins Auge gesprungen. Lass neune Lieder klingen wie Flüsse und Felder und Berge und Täler. Und meine Interpretation, was ich mir überlegt habe, das ist auch der Job für mich. Flüsse, fliessen, es geht dringend, es läuft, da gibt es Lieder. Felder bedeuten oft aber auch harte Arbeit, manchmal harzt es, es läuft, nicht rund, der Ertrag ist ungewiss, da gibt es dann ganz andere Lieder, die erklingen. Berge und Täler ist auch so ein Bild für mich, auf und ab, also nein, auf und ab, genau. Und da auch, es gibt ganz unterschiedliche Lieder. Das ist das, was mir jetzt durch den Kopf gegangen ist bei dieser Strophe. In diesem Lied, oder in dieser Strophe heisst es ja auch, oder freue dich. Wo hast du dich so das letzte Mal irgendwie gefreut, wo du bemerkt hast, da macht mir diese Botschaft von der, wie das singen, Freude. Ja, wenn ich in die Welt schaue, es ist im Moment, es wird ja auch immer nur das Schlechte betont bei uns in den Medien. Und meine Freude oder meine Hoffnung sind die Leute, oder auch für mich selber, wenn man trotzdem sagen kann, ich habe eine Hoffnung. Gott gibt mir Freude, es gibt auch noch Gutes in meinem Leben. Das bringt mich zu der nächsten Frage. Irgendwo spüren wir ja alle, das ist ein Spannungsfeld. Wir singen da, freue dich. Und auf der anderen Seite wissen wir alle, in der Welt gibt es viel Leid. Auch wenn wir jetzt unter uns eine Umfrage machen würden, einige würden sagen, ich habe nicht viel Grund, mich zu freuen. Da ist ein Spannungsfeld und meine Frage an dich, wie gehst du damit um? Wie sollen wir uns freuen, wenn wir wissen, dass mein Nachbar da allen Grund hat, das nicht zu singen, weil er vielleicht leidet? Kann ich mich freuen, wenn ich weiss, Leute neben mir leiden? Ja, sehr eine schwierige Frage. Auch etwas, was mich als Worship-Leiter, das ist nicht einfach, mit dem umzugehen. Wir sind ein Haufen von Leuten, ein Haufen von verschiedenen Schicksalen, verschiedenen Meinungen auch. Und da muss man viel unter einen Hut bringen. Und ich bin überzeugt, dass es gerade gesund ist, dass wir beidem oder allem versuchen, Raum zu geben. Man kann nicht alles abdecken, das ist klar. Aber wir können nicht nur immer singen, Judi, Hui und Tralala. Ich finde, wir müssen auch zwischendurch singen, Hey, wo bist du Gott? Dass wir dem Raum geben und solidarisch miteinander, füreinander auch da sind. Das ist dann so meine Antwort. Ja, wir freuen uns. Und vielleicht kann sich jemand, den es schlecht geht, auch mal überwinden und sagen, jetzt freue ich mich mit denen, die Freude haben. Genau gleich umgekehrt. Du sitzt vielleicht hier und denkst, Psalm 88, klagen, Gott anklagen. Kann ich nicht, ich habe ja nur, es geht mir gut, alles läuft. Du kannst aber daran denken, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die haben allen Grund zum Klagen. Und da können wir solidarisch miteinander singen und beten und allem Raum geben. Gut, vielen Dank, Lücku, für deine Worte zu dieser Strophe. Applaus für Lukas. Wir kommen zum Chorus. Ich lese euch den Chorus vor. Wir singen da miteinander, freue dich Welt, freue dich, freue, freue dich Welt. Und ich möchte mit jemandem sprechen, der verbindet dieses Leid, was wir vorher gehört haben, was auch unter uns herrscht, und diese Freude zusammen. Ich bitte, dass Monika nach vorne kommt. Sie stammt aus Venezuela. Und Sima wird sie übersetzen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles mit dieser Übersetzungsgeschichte. Also sie hört es auf Englisch, sagt es auf Spanisch, Sima übersetzt es auf Deutsch. Und die Ukrainer kommen erst von Deutsch nach Ukrainisch und so. Aber wir hoffen auf Gnade. Monika, du bist vor einigen Monaten mit deinem Mann aus Venezuela geflüchtet, aus den verschiedensten Gründen. Du bist jetzt hier, du bist im Asylverfahren und du lebst mit 100 anderen Menschen in einer Kollektivunterkunft und du bist in einer schwierigen Situation im Moment. Und wenn ich mit dir spreche, du kommst ja auch in den Deutschkurs und auch immer wieder in den Gottesdienst, dann merke ich, dass du leidest unter deiner Situation. Du weinst manchmal auch, wenn du erzählst, wie es dir geht. Und auf der anderen Seite spürt man irgendwie auch etwas von dieser Freude. Und ich glaube, du bringst das wie ganz nah zusammen. Und ich möchte dich fragen, in welchen Momenten erlebst du etwas von dieser Freude, von der wir da singen, in diesem Lied? Guten Morgen. Okay, I want to say sorry, because I have to speak in Spanish now. But, okay. Also ich habe diese Freude, die in diesem Lied zum Ausdruck kommt, schon seit meiner Kindheit immer wieder erlebt. Und meine Mutter hat meinen Schmerz immer wieder gelindert mit so Weihnachtslieder und auch so Weihnachtsspielzeug. Und seitdem ist eigentlich für mich Weihnachten wirklich so die wichtigste Zeit im Leben oder im Jahr, genau, für mich. Und wir in Venezuela, also wir feiern den 24. Dezember, aber es beginnt schon früher für uns. Also tatsächlich beten wir schon neun Tage vorher für die Geburt von Jesus Christus, weil er ist für uns mit der Herrlichkeit und der Gnade, wir beten für die Familie und auch für die Welt und für die einzelnen Wünsche von jedem. Und deswegen ist er ja auf die Welt gekommen oder geboren. Und auch wenn wir Probleme haben, in Venezuela machen wir es so, dass wir die einfach zur Seite schieben und versuchen diese Zeit wirklich auch zu geniessen miteinander. Und wenn du kommst ja regelmässig in den Gottesdienst, was tragen die Menschen in der Kirche dazu bei? Oder man könnte sagen, die Gemeinschaft, dass du dich freuen kannst. Wie wichtig sind dir die Menschen miteinander, das Zusammenkommen und so? Also wir kamen hierher und in einer ganz anderen Situation haben wir uns wiedergefunden, als wir bereits kannten vorher. Estábamos solo mi esposo y yo, hablando solo in Ingles. Nur ich und mein Mann und wir haben nur Englisch geredet. Und ich erinnere mich, als ich das erste Mal hier in den Gottesdienst kam, habt ihr, auch wenn ihr uns nicht gekannt habt und auch wenn wir, wenn ihr es nicht wisst, so? Nos han apoyado de una manera indirekta en todo este Prozesse. I want to cry. Ich muss ich klicke rein. En todo este Prozesse. Habt ihr uns unterstützt in diesem ganzen Prozesse, auch wenn ihr es nicht wisst, genau? Es hat uns wie eine Zuflucht gegeben auf eine ganz bestimmte und besondere Art. Als wir hier reingekommen sind, haben wir etwas davon gespürt. Und ich möchte an dieser Stelle auch Efi und Rez Danke sagen von Herzen für ihre Freundschaft, die sie uns entgegengebracht haben. Wir wünschen dir und deinem Mann, dass ihr erleben dürft, dass diese Freude weitergeht und ihr das Leiden, wo ihr zurzeit drinsteckt, dass das bald aufhören darf. Und wir freuen uns, wenn wir da miteinander Gottesdienst feiern können und euch so unterstützen dürft. Vielen herzlichen Dank. Wir wünschen euch alles Gute. Applaus für Monika. Applaus Ja und es hat ja noch eine dritte Strophe, die geht folgendermassen. Jesus Christus, Jesus regiert in seiner Pracht. Die ganze Welt erzählt von seiner grossen Macht, Gerechtigkeit und Gnade. Und dazu wird uns Rez Güdel etwas sagen. Bitte komm doch nach vorne. Und ja, auch ein Applaus. Du hast dir ein paar Gedanken gemacht. Wir sind gespannt. Also ich habe schon etwas Mühe mit dieser dritten Strophe, wo es heisst, ja die ganze Welt erzählt von seiner grossen Macht, Gerechtigkeit und Gnade. Ja, wo ist denn diese Gerechtigkeit, wenn ich an die Medien schaue, wenn ich das grosse Leid in der Ukraine oder in dem Nahen Osten sehe. Ja und überhaupt, ja die ganze Welt erzählt, das stimmt doch alles gar nicht. Und trotzdem, ich glaube es und ich singe es aus Überzeugung, weil ich glaube, dass Jesus gekommen ist und dass das Reich Gottes schon angefangen hat und dass er etwas gemacht hat in meinem Leben. Und er hat Menschen gebraucht, die von ihm erzählt haben, die mir eben Jesus nahe gebracht haben. Und das hat mir geholfen, das hat mir Jesus gezeigt und habe ich seine Liebe und Gnade und seine Herrlichkeit gesehen und erlebt. Und wenn wir von Pracht reden, Jesus ist nicht in Pomp und Luxus auf die Erde gekommen, wie wir Pracht auch noch verstehen, sondern in Hingabe und Liebe und Demut. Und das ist etwas von seiner Macht und ich glaube auch fest, dass es darum geht, dass wir in Liebe und Demut ja den Menschen begegnen. Und ja, was heisst das für mich konkret? Das heisst konkret, dass ich meinen Arbeitskollegen und Kolleginnen ein wertschätzendes Wort gebe. Dass ich eine wertschätzende Haltung habe und auch eine wertschätzende Atmosphäre verbreite im Büro. Das heisst konkret, dass ich ein gutes Wort habe, ein tröstendes Wort für jemanden, der in Not ist, für meinen Nachbarn. Und es heisst auch ganz klar, dass wo immer ich Liebe schenke und Gerechtigkeit übe und barmherzig handle, da ist Gott. Da wirkt er durch uns, wenn wir das machen. Ja, wenn wir das machen, dann helfen wir mit, dass Menschen diese Gerechtigkeit, diese Liebe und diese Gnade erfahren. Darum bin ich überzeugt, darum kann ich das ja wirklich mit Überzeugung singen. Vielen Dank, Chris. Wir haben ja gerade etwas erlebt, oder? Wenn wir diese... Ja, Applaus für Chris. Wenn wir diese Freundlichkeit, diese Liebe erleben, dann verändert das auch andere Menschen. Und etwas haben wir ja von Monika gehört. Ich schlage vor, wir stehen alle auf und wir singen dieses Lied jetzt noch einmal miteinander. Vielleicht auch jetzt ein bisschen bewusster. Ich lade uns ein, da einzustimmen. Und dann komme ich noch einmal nach vorne und ich möchte beten, dass uns das gelingt, uns auf unsere Herzen aufzutun und uns auf diesen Gott einzulassen. Und dann werde ich dann noch weiter sagen, wie es weitergeht. Und dann werde ich dann noch mal nach vorne und ich möchte. Lasst alle Welt es hören, macht eure Herzen an und lasst euch auf ihn an. Die ganze Schöpfung singt, die ganze Schöpfung singt, die ganze Schöpfung singt. Jesus. Und Erge und Zähne Vor Freude, noch Reißbring Vor Freude, noch Reißbring Vor Freude, vor Freude wie Godart Ich freue dich, wenn Ich freue dich Ich freue, ich freue dich, wenn Jesus regiert in seiner Pracht Die ganze Welt erzählt von seiner großen Macht Gerechtigkeit und Gade Wie liebevoll er ist, wie liebevoll er ist Wie Liebe, wie liebevoll um Jesus Wie Liebe, Wie Liebe, Wie Liebe Wie Liebe Fahier, 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 fahier. Freue dich, freu dich, freu dich, freu dich, freu dich.